Herzlich willkommen zu Dr. Handel Experts Talk. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und auch schön, Markus, dass du hier wieder im Studio bist. Wir sprechen heute über das Thema Augenlidstraffung. Ein frischer, fröhlicher Blick ist ja nicht nur für sich selber wichtig, wenn man in den Spiegel schaut, sondern auch beim Flirten. Und generell ist ja das gut, wenn man jetzt immer frisch aussieht und nicht immer verschlafen. Wie kann man einen frischen Blick auch erzielen, einen frischen Augenaufschlag? Also grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, dass man da ein bisschen Frische ins Gesicht bringt. Ziel ist es nicht, dass man anders aussieht, sondern so ein bisschen ausgeschlafener Aussehen. Das Simpelste ist mit einem kleinen Pixel Botox auf der Seite, dass man diese Krähenfüße ein bisschen reduziert und dadurch schaut, dass das Auge auf der Seite ein bisschen mehr aufgeht. Da kann man schon etwas erzielen. Das ist für viele, die keine operative Behandlung haben wollen, durchaus ausreichend. Es gibt natürlich jetzt auch Menschen, die hier mehr Fett haben, beim Oberlid zum Beispiel, wo die Augen dann wieder kleiner werden. Wie kann man das da machen? Da gehen wir in das Thema Oberlidstraffung schon rein. Das bedeutet, wenn da sich im Laufe der Zeit Hautüberschüsse angesammelt haben, meistens ist da auch ein bisschen ein Fettdepot auch dann darunter, kann man das in einer kleinen Operation, in lokalen Anästhesie korrigieren. Ist das auch genetisch? Das ist meistens familiär bedingt. Meistens kann man sich so Familienalben anschauen und wenn jemand diese umgangssprachlichen Schlupflieder hat, dann hat es der Papa, die Tochter und dann vererbt sich das eigentlich quer durch. Ab welchem Alter wird das immer mehr werden? Das ist eine gute Frage. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt relativ junge Patienten, Patientinnen, die sagen so mit 25, mir fallen die Augen zu, ich sehe nichts mehr. Das kann aber auch genauso mit 40 plus erst sein. Das ist sehr individuell und genetisch, wie du gesagt hast, abhängig. Das heißt, wenn man jetzt zu dir kommt, du wirst das alles noch besprechen, was auch möglich ist, dass man einfach einen frischen Blick bekommt. Wie wird das dann die Operation aussehen? Wie sind da die nächsten Schritte? Also zuerst einmal muss man sich genau anschauen, ist eine Litstraffung überhaupt schon indiziert? Macht das überhaupt schon Sinn? Da muss auch ein gewisser Hautüberschuss da sein, damit man den auch behandeln kann und reduzieren kann. Ist dann in einer kleinen Operation in lokalen Ästhesie möglich, nach einem Aufklärungsgespräch, wo man eben die Risiken auch zuerst besprochen hat. Man misst vor der Operation beide Augen exakt ab. Das geht auf wirklich Millimeter. Und dass man da auch gewisse Asymmetrien versucht auszugleichen. Es ist immer ein Auge, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ziel ist, dass es nach der Behandlung so gleich wie möglich ist. Wie lange dauert eine Augenlidstrafung? Die Operation ist eigentlich relativ zügig. Das spricht man, dass man so um die eine Stunde herum braucht mit dem ganzen Drumherum. Wie gehst du jetzt vor? Wird das aufgeschnitten und ein Teil Fett rausgegeben? Oder wie kann man sich das vorstellen, so eine Operation? Gibt es unterschiedliche Operationstechniken. Es hängt damit auch zusammen, wie die Gegebenheiten, die Voraussetzungen sind. Es gibt die Operationstechnik, dass man nur etwas Haut entfernt. Es gibt die Operationstechnik, dass man einen kleinen Muskelstreif und auch Fettgewebe mit entfernt. Das muss man bei jeder Patientin, bei jedem Patienten sich individuell ansehen. Wann kann man dann wieder rausgehen, dass man wieder normaler aussieht? Weil ich schätze mal, nach einer Operation ist man auch geschwollen. Ja, das ist ganz sicher der Fall. Es ist erstaunlich, wie schnell man nach den Behandlungen auch wieder fit sein kann. Ich sage, im Normalfall ist es eine Woche bis zehn Tage. Ältere Personen, die eventuell auch ab und zu eine Blutverdünnung genommen haben oder eher zu blauen Fleckenneigung, kann das natürlich länger dauern. Muss man vor der Operation an irgendwas jetzt achten, dass man praktisch nicht raucht oder vielleicht gesund isst? Oder muss man da irgendwie achten drauf? Nein, es wird im Anamnesegespräch vor der Operation natürlich abgeklärt, ob es da irgendwelche Kontraindikationen gibt. Wie gesagt, die Blutverdünnung darf es keine geben. Man möchte ja keine Hämatombildung haben oder irgendeine Nachblutung. Das muss man vorher abklären. Wie lange hält das Ergebnis? Kann es dann wieder sein, dass es einen Überschuss wieder gibt in den nächsten Jahren? Sicher. Also nichts hält ewig, da muss man ganz mit offenen Karten spielen. Es ist so, dass man sagen kann, zehn, 15 Jahre sollte der Strauß ein nachhaltiges Ergebnis liefern. Dann kann man das einmal wiederholen. Und wo ist da eine Narbe? Wie kann man sich das vorstellen? Wird es dann da drinnen? Vielleicht kann man es mir kurz zeigen. Da aufgeschnitten? Genau, also die Narbe versucht man so gut wie möglich natürlich zu verstecken. Gerade am Oberlid ist es so, dass die Narbenbildung eine sehr, sehr gute ist, weil das eine Haut ist, die sehr dünn ist. Die hat wenig Zug und wenig Spannung und alles, was ohne viel Spannung und Reibung ist, kann gut und schön heilen. Ziel ist, dass es nach zwei, drei Wochen eigentlich kaum bis gar nicht sichtbar ist und dann mit der Zeit immer mehr abblasst. Wie läuft die Nachsorge ab? Auf was muss der Patient oder die Patientin achten? Nachsorge machen wir immer nach unserem Nachsorgekonzept. Das heißt, es ist am Anfang ein eher engmaschiges Nachsorgemuster. Das ist meistens gleich am Tag nach der Operation eine Kontrolle. Dann muss man ein bisschen aufpassen, es sollte nicht nass werden. Und nach spätestens fünf bis sieben Tagen können die Fäden entfernt werden. Und dann kann man eigentlich alles wieder ganz normal machen. Vielleicht auch für die Patientinnen wichtig, wann kann man sich wieder schminken? Sobald die Narbe verheilt ist. Das sind zehn, zwölf Tage, sage ich einmal. Kann man jetzt nach so einer Augenlidstrafung das Auge ganz normal schließen? Am Anfang sicher nicht. Das ist am Anfang ein sehr ungewohntes Gefühl. Da kann es auch zu einer Sensibilitätsveränderung kommen. Das heißt, das Gefühl ist etwas anders. Es kann auch mal sein, dass direkt nach der Operation der Spalt ein Millimeter offen bleibt. Da darf man keine Panik kriegen. Das ist alles geschwollenes Gewebe. Das braucht einfach so ein paar Tage Zeit, bis sich das wiederholt. Und dann der Lidschluss und die ganze Schwellung draußen ist. Aber Kontaktlinsen kann man normal tragen? Würde ich nicht. Würde ich auf keinen Fall tragen. Eher auf die Brille dann zugreifen? Richtig. Ich würde auf die Brille umsteigen, wenn man ein Brillträger ist. Weil das wahrscheinlich gereizt werden kann oder eine Infektion vielleicht dann auch erforderlich wird. Das würde ich gar nicht jetzt so mit dem 1 zu 1 zusammenzählen. Aber es ist einfach, dass man diese Behandlungszone, das Behandlungsgebiet möglichst in Ruhe lässt. Finger sind immer Bakterien und man sollte da in dem Bereich, das behandelt worden ist, eben nicht herumhantieren. Wie ist das überhaupt mit Leuten, die gar nichts mehr sehen? Du meinst, wenn die Haut am Oberlit wirklich schon massiv das Blickfeld auch einschränkt. Ja, das ist dann auch eine medizinische Indikation. Dafür macht man einen Test beim Augenarzt. Das heißt, man muss schauen, ist das Blickfeld durch diesen Hautüberschuss beeinträchtigt. Und dann hätte man auch den Anspruch, das auf eine Kassenleistung machen zu lassen. Es gibt ja auch viele, gerade Patientinnen, die auch so einen asiatischen Blickfang haben möchten. Beziehungsweise umgekehrt, von den asiatischen Frauen gehören eher zu europäischen Augen. Kann man das auch machen mit der Oberlitstrafung? Also mit der Oberlitstrafung alleine nicht, ja. Aber das ist sehr richtig. Es ist sicherlich auch ein Trend von asiatischen Menschen, die in Europa mehr leben, dass sie, ich finde das eigentlich schade, aber ihr Alleinstellungsmerkmal, diese asiatischen Augen, mehr europäisch haben wollen, also mehr offen, mehr rund haben wollen, ist auch möglich in einer Korrektur der Oberlieder. Ja, stimmt dieser Mythos, dass man dann das Augenlid gar nicht mehr schließen kann nach einer Operation? Also das ist natürlich ein Horrorszenario, was nicht eintreten darf, ja. Der Augenschluss ist nach der Behandlung natürlich genauso möglich. Das, was mal sein kann, und das ist kein Drama, ist, dass direkt nach der Operation der Lidschluss nicht 100% erfolgt. Das ist jetzt einfach ganz logisch, weil das Augenlid ist komplett geschwollen, da ist noch lokal ein Ästhetikum drinnen, und das dauert dann ein paar Tage, aber dann sollte der Lidschluss natürlich wieder ganz normal möglich sein. Ab wann kann man auch wieder Sport machen? Wann ist man wieder total einsatzfähig? Kommt immer darauf an, was man als Sport bezeichnet, also wirklich Leistungssport würde ich schon warten, bis die Fäden entfernt worden sind, bis das wirklich gut abgeheilt ist, und dann steht eigentlich Sport nichts mehr im Wege. Vielen Dank, Markus, für die Aufklärung, und auch Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen, wenn Sie einen Expertenrat brauchen, dann schreiben Sie Dr. Markus Handler einfach an, beziehungsweise rufen Sie an, er wird da sicher auf alle Fälle weiterhelfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen.